Auch Schlemmer ist ja der bekannteste Journalist aus Nordrhein-Westfalen, vom Grevebrocher Tagplättchen. Und er hat um einen Termin gebeten und er hat mich gefragt, er würde kandidieren für das Amt des Bundeskanzlers. Und ich soll ihm sagen, wie das geht. Und dann haben wir miteinander geredet. Und jetzt hat er ja uns mitgeteilt, er kandidiert. So, und ich sag mir, wenn ein Bürger was will, dann rede ich mit ihm. Erster Punkt, zweiter Punkt, Politik soll sich nicht so ernst nehmen.